hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren folge pal wird sich fast korban gesagt aber sind jetzt hier mal gerade im krater unterwegs und ich habe diesmal sogar zwei neue tierchen dabei einmal kitzel ok schauen wir mal streichen als erstes mal hast du lust dass wir uns heute mal ein bisschen anschauen transzendenz hatte ok reiten ok schauen wir mal wieder so ist ok ok kann zumindest mal gut springen ok da haben wir ein wenn wir jetzt schauen wir einfach mal was haben wir denn hier eigentlich also ein bisschen langsam der kollege warte mal ok da haben wir schon mal blödmänner wo wo das sollten wir nicht rein aber geisterlobe ok ok kriegt schaden kriegt schaden warte mal das muss man anders machen ok schild ist weg was geht zu tun achso warte mal komm mal komm mal her hier warte mal pack dich mal ein pack dich mal ein au 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 das ist vielleicht gar nicht mal so gut hier mit ihm äh komm hallo geht's tun das ist dann au gar nicht mal so gut aua hat diese blöden fischer na zum erkunden ist er irgendwie gar nichts viel zu langsam da braucht man auf jeden fall einen schnellen eigentlich warte mal okay aber springen kannst du das ist doch nicht schlecht okay oh man wird jetzt immer noch da ja das ist halt wenn man nicht wirklich warte mal mal runter schauen wir uns dieses dann schon mal an gut aber mit dir kommt man da rein okay gut oh man ja nicht nicht so wirklich gut vorbereitet okay da haben wir eine wander okay probieren wir jetzt mal blasermut aus mir ist bewusst dass der ok auch nicht so schnell oder mal ich möchte ich nicht unbedingt zusammen treten ja da passt du bestimmt nicht durch oder doch passte ok gut ok was kannst du feuerkugel höllen fahrt und feuerhauch ok auch nicht der schnellste aber schaut echt cool aus ups schaut echt cool aus das viech fadler ich möchte euch nicht zusammen treten ok da kommt er noch durch das ist gut muss dann der lux kommst mal mit aber glaube ich noch nicht so viel neun haben wir zumindest schon bekommen tokotokos das ist eher schlecht dies pungs auch schlecht ok aber er springt hoch tokotokos kommen alter ok moment ja ich weiß streichern wollen wir dich ja auch noch ja hier ist halt wieder alles aggressiv das ist halt blöd ok mittelgröße paar seele sehr schön oh entschuldigung fadler ok also nicht sprinten mit ihm ist hier oben noch irgendwas ne ok ok mit kitzung dürfte das funktionieren hier aber ist halt nicht sehr schnell ok was haben wir denn hier betrugel zumindest mal ok ja das könnte eine ziemlich chaotische folge werden ah nee warte mal stopp bleib mal da ah der kommt da hoch ok ok moment äh weißt du was mach das mal selber ok die tokotokos kommen nicht mit so kommst du mit äh geht's nun komm mal her bitte jawohl warte mal ok ok so so c bitte und gleich e hinterher ok ja gut es ist noch nicht so wirklich gemacht wie dieses level äh macht mal kein quatsch bitte kognitos ja wollten euch doch nur helfen ok also hier kommst du wahrscheinlich nicht hoch oder doch ok so wo geht's denn weiter gehen wir einfach mal hier lang ach so ach so ach das machst du jetzt oder ok ok weißt du was äh blasser mut mal her ja ne nicht als abbauen tschuldigung tschuldigung mein fehler ach so ok hier war der eingang mit pilz nehmen wir mal mit ah die tokotokos ah die sind so ein bisschen anstrengend muss ich sagen warte warte nee abbrechen ja heute verklicke ich mich halt schon wieder die ganze zeit sorry leute ok ok gehen wir mal da lang oder oh so blasser mutt ach so ja streicheln schon wieder mal vergessen haha wieder schon wieder hupft ist das cool so da kommst du ach kommst du auch wieder nicht durch ja große viecher sind so eine sache in hüllen aha hier haben wir blödmänner ok gut dann schauen wir mal was kannst du denn das ist die feuerkugel höllenfahrt aha das ist das nicht schlecht und feuerhauch ist das ok alles alles klar gut ja nicht schlecht hier haben wir fadler ok so warte mal komm mal ja mein guter le haha schön ok ok dann kommen wir mit dann gehen wir jetzt zurück also hier war eine truhe das heißt hier geht es nicht weiter ok wie sie schnarchen so was für einen weg brauchen wir denn dann so ok ja hier kommt er wieder nicht durch oder doch ok was haben wir denn noch für einen weg also wir haben eigentlich nur hm hm ich weiß gar nicht mehr wo waren wir denn vorhin waren wir hier da ist noch so einer den schnappen wir uns auch schläft ja auch gerade hm so willkommen bei uns ach ja ok 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 schon wieder hier heute renne ich aber die ganze Zeit im kreis die dicken sind einfach zu stark für ihn also die dicken sind einfach zu stark für ihn also es sind noch nicht so wirklich warte mal ok komm äh was mit dem naja egal komm dann lassen wir den in ruhe hm gut passt ok hm wo müssen wir jetzt weiter hier lang vielleicht mal ok hier schläft alles warte mal hier waren wir doch auch schon dann brauchen wir aber einen anderen weg mal also viele blödmänner sind hier hm wo ist denn der blöde ausgang klappe ihr scheiße gut hier war eine truhe aha die sind auch schon wieder wach ok alles klar auch nochmal wilderer da hinten so warte mal hier sind wir richtig aha ein nightwing ok ja könnte man mitnehmen so komm ich zu dir hoch kannst du soweit schmeißen ja kann er ok seltene federn bauteile und bisschen leder ok so was haben wir hier aha eine steinscherbe eine normale übungsfibel wartet mal große aha ok hat nicht wirklich viel gebracht ja obwohl das ein haufen punkte sind so ok jetzt müssen wir hier glaube ich springen ich drücke schon mal ah ne ok ach so doch noch erwischt die böde Lava wo haben wir denn den nächsten schnellreisepunkt ok also hier sollten wir mal uns vom Acker machen ach wir brennen ja schon wieder ja es ist Lava Gebiet ist wirklich besser mit dem Flugtier aber ich wollte halt die beiden einfach mal ausprobieren äh so Feuerkugel Geolanze schauen wir mal ok also gegen die ist er in Ordnung ok gut so so haben wir dann noch ein Gebiet hier im Vulkan wo wir machen könnten Ruine wieso nicht schauen wir da mal hin und schauen wir mal was wir hier so haben ok hier haben wir das Gebiet ok die Tore kommt mit Silberschlüssel sehr schön hm was ist das Feuerdrüse ok liegt hier einfach so rum ja ich weiß schon wir machen eigentlich immer wieder dasselbe Leute das tut mir auch echt leid ich wünschte ich könnte euch auch anderes Gameplay mal bieten ich bin selber nicht so ganz zufrieden mit den Videos zu PAL World die ich so mache ja aber es ist halt meine Spielweise die mich so ein bisschen einschränkt aber ok immerhin können wir neue PALs testen hm da bin ich wirklich so spannend ist das hier auch nicht oder ne also für das Lava Gebiet braucht man durch die Berge einfach ein anderes PAL also eins was fliegen kann ok so was ist denn eigentlich jetzt hier mit diesen Containern ach ich glaube da war irgendwas drin mal in irgendeinem ähm so eine Notize da oder Livmunk Statue ich weiß gar nicht mehr irgendwas war hier drin ah ok hatte ich den nicht genommen weil ich kann mich da echt noch daran erinnern dass ich dass ich hier mal gesucht habe hm komisch naja äh du kommst mal bitte mit so schön du mal ok Angsthase Angst haben ist halt schon blöd warte mal die schnappen wir uns mal dann müssten wir die jetzt auch auf jeden Fall haben warte mal du kommst du auch mal mit bevor du jetzt rum nervst äh hallo hm ein Fanglobe hm ja weiß ich nicht wie viel ich davon habe aha auch noch nicht voll ok alles klar ah wir sind am Fischerdorf einmal Buschi das ist auch sehr schön dass du hier bist willkommen bei uns na Buschi das habe ich schon genug ok warte mal dieser Wendwärm hier noch äh ok dann nicht da ist gerade irgendwo ok na gut ja machen wir halt mal eine kurze Folge draus heute oder so hallo zusammen warte mal irgendwo am Wasser war der Palhändler oder äh hier genau ja so relativ am Wasser ok dann schauen wir mal was haben wir denn hallo was hast du denn eigentlich gutes Pyrin werden wir haben in Sinderambul mag ja alles gut achso ja hätte ich ja gleich oben durchschalten können ok schauen wir mal achso Ame Kuni kann man auch durchschalten alles klar so was haben wir jetzt hier geschnappt ach dann mal vier Jet Dragons brauchen wir ja eigentlich auch nicht unbedingt Oberbergmann na ist egal ok du bleibst großkotz nee du warte mal ein großes ein großes Nightwing haben wir den schon äh ja Motivationscoach ja der ist doch nicht schlecht ok dann kannst du raus in Sinderam ja es hat Angsthase brauchen wir auch nicht Handwerksmeister ja den behalten wir mal Buschi Endlosmagen ne ne ok alles klar gut ja sollen wir sonst noch irgendwas machen irgendwo anders hingehen was haben wir denn hier hier haben wir noch eine Lunaris ich glaube hier wäre es fast praktischer oder schauen wir da noch ein bisschen rum ich will jetzt eigentlich noch gar nicht aufhören ist noch ein paar Minuten können wir uns noch ein bisschen umschauen dann gehen wir mal da her hm ok sind wir da ok dann mal hier runter haben wir eigentlich genügend ach ja ok ich wollte gerade sagen haben wir genügend von den rubies schauen wir mal ob wir die bekommen 1 da ist noch 1 nein haben wir nicht 2 noch und du auch noch mit warte mal Fuax wie schaut es denn mit Fuax aus und euch habe ich glaube ich auch noch nicht ah Fuax haben wir nicht genug ok die haben wir genug Schweinchen hatten wir also wenn es geht vielleicht noch einen Fuax mitnehmen wenn ich noch einen finde aha da sitzt jemand Lammwelle haben wir definitiv schon da ist eine Seele die kommt mit eine kleine ok eikt hier dir ah ist egal ok komm wo sind wir denn jetzt eigentlich genau können wir mal in die Richtung warte mal was war denn das hier oben ein Univolt ok aber wir müssen eher in die Richtung Truhe Moment ok soll man dieses Dungeon noch reinschauen ach da ist auch noch eins aber ich bin dafür dass wir uns das mal anschauen ok dann nehmen wir aber mal kids und wieder hallo krimis warte mal krimis so willkommen bei uns ok so ok so ok äh ja das ist eher mein Kaliber sage ich mal diese Stufe 10er Blödmänner äh ja komm schon mal da lang äh ja komm schon mal da lang ja kist und schaut ganz cool aus äh 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 ne viel zu langsam viel zu langsam zum erkunden also ein Wolf ist schon besser aber sie springt höher oder ah geht's und unser Kind ist ein Männchen ok also dann haben wir da diese Flammen vom Kragen im Sichtfeld beim Schießen. So, okay. Äh, warte mal. Ja, du freust dich gerade so. Dann kannst du dich auch freuen, wenn du bei uns mit dabei bist. Oh, rücksichtsvoll und geistiglabil. Ja, das ist ein Viech. Da haben wir uns wieder was geschnappt. Meine Fresse. Naja. Okay. Schauen wir mal da. Warte mal, wie war denn das mit Maus? Weiß ich gar nicht mehr. Oh, haben wir noch gar nicht so viele. Mehr Kraft als Verstand. Das bringt uns nicht viel. Bei einer Mau. Äh, Fox Parks. Okay. Wegweiser im Dunkeln. Das ist eine nette Beschreibung. Du, wie viel haben wir denn von euch? Okay. Die haben wir alle. Okay. Dann dürft ihr weiter rumwuseln. Hier. Feuerschutzring haben die dabei. Ah, okay. Warte mal. Äh, raus damit. Ne, Wolle brauchen wir auch nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr. Was haben wir sonst noch dabei? Knochen brauche ich auch keine. Was ist da? Oh. Essen. Okay. Warte mal. Äh, stopp. Hä, was, was, was. Ach so. Ah, wartet mal. Ihr könnt. Ah, es ist mal alle was. So, der hat Hunger. Du hast ein bisschen Hunger. Du hast ein bisschen Hunger. Und du kriegst auch was natürlich. Okay, alles klar. Gibt's halt mal hohen Fisch. Okay. Schlaues Technikhandbuch. Altes Technikhandbuch. Und irgendwo war so eine Übungsfibel. Okay, ja. Ja, Haufen Punkte gibt's es schon, aber bei der Stufe, wenn sie das einfach nicht mehr so wirklich. Okay. Das war dann mal, sind wir jetzt hier recht weit unten, oder? Aha, wir müssen da rauf. Okay. Warte mal. Haben wir noch zufällig einen Furk irgendwo? Da, ja. Da haben wir welche. Hallo, Kumpels. So, ihr kommt mit. Die Rubies hatten wir jetzt alle, oder? Ja, genau. Die haben wir alle. Okay, dann schauen wir jetzt mal nochmal zum Schnellreisepunkt. Und ich würde sagen, das war's dann. Genau. Pilze brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Hallo. Warte mal. Kremis. Hatte ich euch voll? Nee, nee, nee. Wild. Mir kauft das Verstand. Auch nicht schlecht. Obwohl, mit Kraft das Verstand ist Quatsch. Bei einem Kremis. Der soll ja vor allem Sachen produzieren. Sondern mal hier oben müssen wir rauf. Warte mal hier. Okay, du mal hier. Oh, haben wir auch noch nicht komplett. Alles klar. Gut. So, irgendwo ist hier. Da. Okay, alles klar. Gut. Dann haben wir die jetzt ausprobiert. Und ich gehe jetzt ins Dorf. Werde verkaufen und werde einräumen und so weiter. Das brauchen wir jetzt nicht schon wieder machen. Ich würde sagen, das passt dann für diese Folge. Okay, bis dahin. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Ciao und servus. Bis zum nächsten Mal.